So, hier ist gerade der ZukunftslagDragon vom Rendern. Ich habe gerade bemerkt, dass ich die Audio-File von dieser Sequenz leider nicht gespeichert habe. Deswegen werden wir hier dieses Chest-Opening und das Kaufen von dem Tank-Kit leider ohne meinen Kommentar anschauen. Also ihr müsst es anschauen, weil ich war so dumm und habe die Audio-Datei nicht gespeichert. Ich hoffe es gefällt euch und ja, schaut euch einfach das Video an. Bis zum nächsten Mal. So, da lächst ein bisschen. Aber, ja gut, da testen wir auch mal unser neues Kit mal aus. In der ersten Runde und zwar das Kit Tank, was ich mir gerade gekauft habe. Ich hoffe, dass ich dann genauso gut spiele wie die YouTuber. Okay, nein, da brauche ich schon ein bisschen Skill, aber ja, den Skill. Den habe ich, hoffe ich mal. Und ja, wir spielen auf der Map Windmühle. Also Windmühle. Da haben wir auch schon mal. Okay, das brauche ich eh nicht. Oh, eine Endershmurl. So, es dauert noch was. Äh, dann brauche ich eh nicht. TNT, äh. Okay, ich muss ein bisschen jetzt umdenken, weil, ja, ich spiele gerade zum ersten Mal mit dem Kit. Und da brauche ich auch mal was. TNT, ja, kommt. Und dann werfen wir uns mal in die Mitte. In die Mitte. Ich hoffe mal, das kommt an. Ja, soviel zu diesem Thema. Ich sollte mal besser lernen, Enderpearl zu schmeißen. So, ja, da testen wir diese Runde, lieber mal. Das Kit aus, nachdem wir in der ersten Runde sehr failhaft, ja, verkackt haben. Ähm, ich sollte besser lernen mit, ähm, Map-Jubiläum von GOMA-HD-Net-Bau-Team. Alter, nice. Wir zocken auf der neuen Map. Ja, ist doch nice. Ja, äh, ich sollte mal besser lernen, Enderpearl zu schmeißen, denn, also, die ist angekommen, aber halt nicht so, wie ich es wollte. Deshalb jetzt Vollkonzentration. Äh, oh, 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 nice, nice, nice. Wieder eine Enderpearl. Ähm, dann, das gönnen wir uns mal. Wir zocken auf eine neue Map. Wie, Leon? Dieser Map habe ich noch wirklich nie gezockt. Unbreaking X, Protection 1 ist besser, meiner Meinung nach. Und, ja. Ähm, die Pick-X haben wir leider nicht, aber dafür wieder eine Enderpearl. Und wurde alles schon leer geräumt. Leider. Hey, komm. Nein. Tschüss, tschüss, Jubiläums-Map. Das Kit hat mir leider bislang kein Glück gebracht. So, bislang hat mir das Kit kein Glück gebracht, aber vielleicht lag es ja nur da dran, dass ich in der Solo-Map gespielt habe. Vielleicht geht es in einem Team-Match, kann ich vielleicht, das ist ja vielleicht besser. Und, war da eine Ender-Schmörg? Ich weiß es nicht. Ähm, hier ist noch eine Kiste, aber die hat er schon gelootet. Und, ja. Gehen wir... Gehst du hin? Mein Kompadre? Kompadre? Ah, da bist du. Ich habe leider keine Pick-X. Fuck. Fuck, 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 fuck. Kann man nicht, ist ja... Aber wir bauen uns einfach mal in die Mitte. Vielleicht war da ja noch niemand. Komm schon, bring' ich doch um. Achso, hier ist ein Team. Come on. Ah, nice. Und jetzt wieder zurück. Mein erster Kill. Mit dem Tank-Kit. Oh man, mein Team, ey. Ich dachte, das sei mein Team-Mate. Oh. Ja. Hä, wie ist mein Team-Mate eigentlich gestorben? Warte mal, Flag-Dragon. Warte. Mr. Smile wurde von Mad Skipper. Oh man. Ich hätte gerne noch gewusst, was ich da bekommen habe. Also ich habe auf jeden Fall eine goldenen Apfel und eine Dia-Hose bekommen. Dia-Schwert auch. Trotzdem, Alter, ich habe den besiegt. Hä, da bringt das Tank-Kit irgendwas. Zweiter Versuch mit dem Tank-Kit auf der Map Batuu. Hoffen wir mal, dass es uns diesmal besser geht als in der letzten. Denn da habe ich zumindest einen getötet. Aber, ja, es hat nicht besonders viel gebracht. Denn, ja, mein Team-Mate ist leider gestorben. Und, dann war ich ziemlich überrascht. Und, ja, dann bin ich gestorben. Der craftet sich schon mal was. Dia's wäre nice. Aber warte mal, der kann sich hier die Equipment. Und, ich gehe mal... Nein, nicht zu den Gegnern. Eigentlich würde ich gerne in die Mitte gehen. Warte mal, ist da nur einer? Da ist nur einer, aber der hat schon Dia. Nein, da ist nicht nur einer. Da sind zwei. Da, da ist niemand. Was willst du? Bist du Blöcke hier? Blöcke. Er baut dich. Wo willst du jetzt hin? Als ob du noch da willst. Geh wieder in die Mitte. Habe ich irgendwas zum MLG? Na, ich habe keinen MLG. Aber, Herr Korb, gieß ein HP. Den nehme ich gerne mit. So, dann hier runter. Ach, Scharpens 1. Traction 1, ja, habe ich schon. Scharpens 1. Das macht eh wenig Damage. Ja, komm, da geht mal weiter. Wie viel Damage macht das? Ja, das macht mehr wie ein Eisenschwert. Weil ich habe keine zwei Eisen. Dann könnte ich... Ist das mein Teammate? Ja, Honigball. Ja, hallo, ich bin doch da. Was ist? So. Scheiß auf MLG. Oh. Der hat ein Zub-Kit. Das ist nice. Äh, ja. Geh weg von meinem Teammate. Komm her, komm her. Kleiner. Mann. Komm her. Wir haben dich gleich. Du kannst uns nicht entkommen. Hä? Ja, hab ihn. Hab ihn, hab ihn. Keine Panik. Keine Panik. Ähm. Hier gibt es nichts. Gutes. Oh, Wasser. 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 Wasser ist gut. Protection. Demis offline. Ah, Schneebölle. That's nice. Wo ist mein Team? Also das. Dann gibt's dir nichts zu essen. Spinnnetze. Kann man ja immer mal was gebrauchen. So. Oh, da ist einer. Die erschwert. Hab ihn. Gönnt ihr die Items? Ich stehe hier mal. Ähm. Ja, ich hab da nichts. Warte, wie viele? Acht Spieler leben noch. Okay, okay. Wo sind sie? Ich könnte mir mal einen Kompass gönnen. Hab ich leider nicht. Ja, na komm. Oh, können die alles sein? Und können die alles sein? Können die alles sein? Äh, hast du einen Kompass? Kompass, Kompass. So. Ähm. Hast du einen Kompass? Fuck. Ich komme hier nicht raus. Nein, ich bin tot. Warte, ich hatte noch den Trank. Fuck. Oh nein. Liebt mein Team eigentlich noch? Honig? Komm schon, du schaffst das. Oh, diesen Team. Ja, sorry, Honig. Ah, ich hatte noch den Trank. Ich hätte ihn trinken können. Ah, fuck. Ah, fuck. Wir sehen uns in der nächsten Runde. So, da wären wir in der weiteren Runde. Mann. Ich muss die anderen Runden verwerfen, weil in der einen Runde habe ich mich gebaut. Dann bin ich wegen dem Bug runtergefallen. Dann hatte ich eine Runde, wo mich einer einfach, wo dann einfach alle Kissen kaputt gemacht. Ja, ich hatte nur eine Diapé-Gags, mir nicht. Dann, ja, in der letzten Runde hat mich dann einfach rausgeschmissen. Also, bevor die Runde gestartet ist. Ja, nice. Ähm, ich hoffe mal, diese Runde geht jetzt besser, weil, ja, hoffe ich mal zumindest. Hoffentlich habe ich einen gescheiten Teammate. Ist nicht gerade so nach aussieht. Ähm, und ja. Also, gehen wir auf die Mitte oder gehen wir zu den Gegnern? Was sagst du? Olex. Hat er eine Windel? Sieht aus, als hätte er eine Windel. Hallo. Oh. Bitte nicht runterfallen. Danke. Oh. Mein Kill. Oh. Dafür habe ich auch mal richtig fett abgestaubt. Oh, richtig nice. Faction, na, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Sollte ich mal rausgehen. Faction 1, Faction 1, Aua, wie vieler Ambus? Oh, nice. Ähm, was brauche ich hier nicht? Die erschwert, kann ich hier mal craften. So, dann hier. Die erschwert. Ähm, oh, dann noch Potions. Kann man immer gut gebrauchen. So, hier, Potions. Dann essen, ja, hoffe ich, ich hoffe mal, das reicht. Action 2, so. So. Bin gut equipped. Die hat die zweit. Oh, so, den habe ich. Äh, nein, man hat mir die Ender Pearl gestohlen. Ich sollte mal ein bisschen mein Inventar leeren. Äh, so, TNT brauche ich nicht, 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 nein, nein, nein. So. Olex, wo gehen wir als nächstes hin? Du bestimmst. Die Weg. Oh, nicht runterfallen. Ich möchte eine schöne Runde haben. Bitte du nicht auch nicht runterfallen. Gehst du jetzt hin? Nichts, nix, 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 nix. Nix Schönes. Aber dafür habe ich wieder ein Potion. Danke. Oh, und hier. Ey. Der ist ja mal komplett behindert. Oh. So, dann habe ich den. Mann, Olex. Als ob da noch einer oben ist. Ähm. Bitte nicht angreifen, okay? Danke. Ähm, Feuerresistenz. Dann noch der eine ist. Kommst du runter? Hä? Ach so, das ist mein teammate. Hahaha. Hi. Als ob der sich noch gerettet hat. Pass auf, oben. Pass auf. Oh Mann, oh Mann. Schade, dass du mich nicht hören kannst. Also, ich bin gar nicht so hoch. Ich freue mich gerade so. Halt, hier ist doch einer, oder nicht? Da oben. Pass auf, oben. Pass auf, oben. Pass auf, oben. Oben ist einer. Kannst du ja mal kurz kämpfen. Ich habe leider nichts Gutes. Ich kann dir leider nicht besonders viel helfen hier. Oh. Nein. Ihr habt ihn getötet. Ihr Monster. Warte, warte. Hab keins. Hab keins. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zum Abschluss noch eine kleine Solo-Runde. Ich hatte zwei Double-Runden, wo es eigentlich ziemlich gut ging. Wo ich auch ein paar Clips gemacht habe. Ziemlich nice Teammates gehabt. Ja, einmal hatte ich ein Teammate, der war ein bisschen asozial, aber ja gut. Und ja, ich würde mal sagen, das wird dann die letzte Runde für diese heutige Folge. Vielleicht gewinne ich ja. Wäre schön. Falls nicht. Oh, das ist halt Leben. Life is life. Leben ist nie fair. Aber so für die erste Folge wäre eigentlich so ein Gewinn schon nice. Also, also, also. So, nämlich hier ist eine Kiste. Dann habe ich ein bisschen Water. So, dann können wir mal hier runter mit dem Schwert. Ja, danke. Danke. Ähm, Wasser, Protection 2. Da hat ein Spinnfäden. Ja, ist gut. Holz. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Okay. Der baut sich irgendwo hin. Den baue ich mich auch irgendwo hin. Okay. Kurze Konzentration, deswegen wütend ich auch nicht besonders viel. schau mal kurz was der hier so liegen gelassen hat der flexion 2 habe ich aber schon oh das richtiger tank aber vielleicht kann ich den ja überraschen und auch ein feuerzeug vielleicht überrascht mich auch gleich jemand hab dich ohne pearl ja alter fuldier weiss kann wirklich fuldier werden der vorling kommt jetzt jemand jemand da jemand so nein hier ist nichts kompass wenn es aber nein habe ich leider nicht blöcke TNT Kau miya Kau miya Kau miya hallo habe ich dich habe ich dich habe ich dich auf ich muss irgendwas essen ich habe nichts zu essen ich habe ein hp das finale okay ich habe nichts zu essen ja kann man sehen ähm wo ist der gegner wo ist der letzte ich wette wusste gerne wissen wo der ist ein kompass zu den habe ich leider nicht wo ist der wo bist du einfach mal gleich antwortet er ich habe jetzt keinen bock auf 3000 lange jahre zu finden wo ist der ist der afk ich hatte eh nicht zurück deshalb folgt er mich da ist er ich sehe kommt irgendwas irgendwas nettes für ihn haben wir eigentlich TNT ach nein 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 kein TNT wo ist der ich sehe den nicht mehr der ist abgehauen wirklich weil er hier so ein tank sieht muss er doch nicht gleich abhauen der TNT platziert was hat der vor keine snitch was hast du das hast du also vor hast du noch was nein dann hoffen hoffentlich bitte bitte nicht wartest du ganz kurz danke aber ich leider keine spinnen okay warte ich lass ihn kommen ich lass ihn kommen ich lass ihn kommen ich schaue mal was er so vorhartt ich hab TNT ihr wisst was das bedeutet komm runter kommst du okay mir ist eigentlich jetzt egal ob ich jetzt gewinne oder nicht hauptsache ich hab hier irgendwas schönes komm ach nö block einfach block ja also was willst du jetzt ich hab null HP verloren was willst du jetzt komm ich will einfach TNT mich töten ne das schaffst du nicht komm runter komm runter und kämpft wie ein Mann komm doch runter was hat der jetzt vor also der ist wirklich mit Schneebellen das versucht das war zu sich noch hoch was ist eigentlich falsch mit dem TNT 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 habe ich recht komm doch runter und kämpfe äh ich hab nicht die ganzen Tag Zeit okay kommst du jetzt runter oh der eine Plattform komm runter und kämpfe wie ein Mann hat der schaffst du nicht mehr hat der schiss dass er gegen mich im 1 gegen 1 verliert oder wie ich bekomme hier die Krise ich bekomme hier die Krise du kannst mich hier nicht runterwerfen egal wie viele Schneebellen du hast kannst mich nicht runterwerfen warum macht er da TNT hin ich hab eh nicht besonders viel HP verloren deshalb kann ich das verkaufen komm doch runter man ich hab's eigentlich satt 1 2 2 2 8 10 11 11 15 17 nein wer du bist so ein jetzt mal ernsthaft er ist so ein hunde du bist so ein arschloch sage ich dir so ein verdammt noch mal ein großes arschloch dich habe ich lange nicht mehr gesehen mal ernsthaft ist doch nicht dein ernst oder bis ich jetzt sagen und kämpfen verkennt man einfach ich weiß du hast schneebälle hab dich endlich gg mann alter was war das für eine lange runde ja da sind halt seine spielzeugen halt ausgegangen hat kein ender pearl kein tt kein schneebälle glaube ich aber da habe ich nicht besiegt waren alter was war das für ein langer kampf hoffentlich hat ob es das aufgenommen biete ich schaue mal kurz nach ja danke okay meine damen und herren ich würde mal sagen das wäre es von der ersten folge von minecraft skywars falls euch gefallen hat denn also eine positive bewertung da hat kein weiteres video mehr verpassen wollt da das auch ein abo da und ja das ist von meiner seite aus haut rein und bis zum nächsten mal